Norddeutscher Rundfunk 2021 Und wie geht es Ihnen unterdessen? Ja, matt. Und ähm... Traurig. Und irgendwie leer. Aber Jonas, du weisst schon, dass ich eigentlich seit Jahren auf ein neues Manuskript von dir werde. Dass ich nicht mehr ausholte, dass ich irgendwie die Böse bin, die die Familie kaputt gemacht hat. Gut, dann machen wir es halt wieder so, wie du aus für Gutsch. Gut, ich würde an diesem Moment jetzt gerne unterbrechen. Aber du bist sicher, dass du diese Geschichte nicht nur darum so gut findest, weil die Autorin jung und sexy ist? Nein, 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 nein. Ich habe das Gefühl, ich kann nichts. Ich bin 28 und ich kann genau nichts. Er macht mich jetzt eben berühmt, dann vorgleich. Okay. Genau, und mein Blick hier rein. Duper, okay. Du hast gesagt, es muss am Schluss mein Stil sein. Ja, es muss aber auch gut sein. Das war überspitzt von mir, das tut mir leid. Sorry, sorry. Ah, scheisse. So könnt ihr auch nicht schlafen, oder? Erzähl doch mal alles Schlimme auf in deinem Leben. Ich sage denen, ob du leidun darfst. Äh, ja, okay. Also, eben nicht. Ich habe gerade eine klinische Depression. Sorry. Ich nehme alles zurück. Du bist alt und ein Mäbel. Aber ich sage es nicht so, super. Ich sage dir das nicht so, sehr so schön. Das ist doch gut. Ich sage dir das nicht so, sehr schlimm. Okay, ich sage dir das nicht so, und okay.